Bei deinem Bunker fahren bist du direkt bei deinem Bunker. Du bist ja direkt Volker. Geil gemacht. Geil. Genau sowas, Leute. Bitte schickt mir die Videos. Ich stehe auf sowas. Geil. Klipp das. Oh, das brauche ich auch mal. Spiel jetzt dieses Scheißspiel. Knister. Ich zeige euch jetzt, wie man das spielt, okay? Ja, ich bin gespannt. Jetzt lacht einer. Jetzt lacht einer? Okay, das ist ein Pro-Gamer. Nein. Leute, mich würden wirklich sie spielen. Ich würde es einfach mal spielen. Koff. Jetzt habe ich mich voll erschrocken. Alter, ich habe mich erschrocken. Leeroy. Wo kam das her? Wie geil. Run! Shit, 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 shit. GJ ist einfach prädestiniert. So. Okay, das Spiel kenne ich. Sag mir irgendwas. Schon lange nicht mehr. Was? Ja. Das Auto ist in einem tadellosen Zustand. Das ist online. Alter, was ist das für der Weste? Was? Ey, yo, what the fuck? More Clips, please. Leute, more Clips. Also, sehr geil. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das ist schon mal ein sehr, 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 sehr geiler Anfang. Aber ich möchte mehr haben. Bitte schickt mir eure Videos auf Discord. Falls ihr nicht so heißt wie auf Discord, schreibt dazu, wer ihr seid. Und bitte schreibt das Spiel dazu. Also, auch bitte wirklich nur eure Clips. Nicht von anderen Seiten oder irgendwas. Wir wollen ja unsere eigene Clip-Community hier. 12 Sekunden später. So, ich hoffe, ich habe alles laut genug. Wir machen draußen ein YouTube-Video. Also, strengt euch an. Ihr seid auch drin. Sorry. War zu laut? Rip-Headphones? And on we go. Almost there. What? What? Ach so, das sind Pferde gewesen. Geisterpferde gewesen. Oh, Bus-Simulator. Bus-Simulator, das ist doch mein Liebling. Aber der Schrei war nicht im Game, oder? Schleuder-Sitz! War das ein Furz oder eine Lache? Wenn er in diesem Modus runterfällt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, ey. Was? Er hätte von mir kommen können. Oh, shit. Leichte Sportverletzung. Die Stelle kannte ich. Also, wenn es aufhören müssen wir, ich habe gerade nachgeschaut, die endlich mal schön hell, bro. Hey, Leia Sophia. Hier. Ach, das ist doch hier. So, wo sind wir hier? Ach, ich dachte, das wäre Brotwurst. Ist er das? Nee, Space Vibe. Sieht aus wie Brotwurst, Bruder. Da sagt er, der mit einem Panzer durch die Stadt fährt und alle Autos weg ran. Ja, da passiert ja nichts. Huh? GTA ist echt das geilste Spiel. Was macht denn die Leiche da? Okay, guck mal. Breakdance. Breakdance, Leute. Oh, shit. Das ist Tierquälerei. Alter, das tut ja weh vom Zuschauen. Zipnautica. Oh, das müssen wir auch mal wieder zocken. Alter, was? Alter, was? Was ist das für eine Stellung? Ach, meine Cam ist vor dem Streamer-Namen? Nein. Müssen wir runter, ne? Wechselt, glaube ich, die ganze Zeit. So, besser. Sieht er den echt nicht? What the fuck? What the fuck? Hä? Oh, fuck. Oh, das war funny. Oh, Gott, war das lustig. Das könnte mein Gameplay sein, Leute. Das könnte... Can ich gar nicht das Spiel, Generation Zero. Okay, auch nicht. Genau, am Schluss einfach mal... dem Elend an Ende... Ach, Gott, ich liebe das. Das fährt keinen Bock ab. Ach, dein Scheiß allein. Warum kenne ich Dragon Ball nicht? Weiß ich... Komplett an mir vorbei, Leute. Tun mir leid. Pokémon und so auch nicht. Interessiert mich alles nicht. Habe ich was verpasst? Ja, das ist gut. Landung, diese. Das endet nicht gut. Jetzt hängt er fest. Und das Name ist John Cena. Ja, warum nicht? Odyssee, das können wir mal zocken, oder? Hello there. Hello there. Der Helikopter war in einem tatenlosen Zustand. Geiles Zeug, Leute. Bitte postet mehr. Bitte... Oh. Ja, jetzt schön wieder die Leiter. Bye, have a great time. Ich bin weggelaufen. Kenn ich nicht. Was zur Hölle, Alter? Ey, ich hab mein Bein gebrochen. Jetzt ist wiegen. Der Streamer kenn ich nicht. Kam mir bekannt vor. Okay. Okay. Vielen Dank an der Stelle, Leute. Das waren alles Clips, Fails, Bugs, Funny Moments aus meiner Community, von euch. Wer mitmachen will, macht mit. Geht auf meinen Discord. Auf Discord ist so ein Kanal. Games, Fails, Bugs. Das finde ich cool. Ihr wisst ja, dass wir mit der Community was machen. Seit zwei Wochen sammeln wir eure Fails, eure Game Bugs und eure Fails und Funny Moments, die ihr, aber nur ihr, beim Spielen erlebt habt und zufällig aufgezeichnet habt. Hier, jedes einzelne davon hätte 1 zu 1 K.A. passieren können. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Und deswegen machen wir jetzt folgendes. Und wir reagieren auf euch, auf eure Fails, auf eure Bugs und Funny Moments ein zweites Mal. Seid ihr bereit? Okay. Ich hab die noch nie gesehen, übrigens. Bisschen laut. Bisschen laut. Sprengt euch an. Genau. Sprengt euch gefälligst an. Also wir machen es jede Woche, Leute. Komm, schickt eure Clips auf Discord. Lieber den Raben in der Kiste als die Taube auf dem Dach. Bantau. Also die Rockstar Games haben echt. Was? Hab ich nicht kapiert. Das hätte mir passiert können. Ach, wirklich? Habt ihr euer Zeug auf GameSprout geschickt? Aber mit Handy ist vielleicht wieder was anderes. Lampschlisch, Farming Simulator. Was? Ah, das hat sie doch mit Absicht. Das hätte ich mit Absicht gemacht. Also Shani Schaaf, ich glaub, du bist ein Experte. Wie kann er jetzt? Wie ich hetze. Ah, die liebt das mit den Zügen. Ey, sag mir nicht, dass sie das nicht... Wenn du das nicht absichtlich machst, Shani Schaaf, dann... ...gehörst du in den Club der Kajoten. Snowrunner. Oh, das Spiel sieht gut aus. So meine Spielmechanik. Hell let loose. What? What? Der Soldat ist in einem tadellosen Zustand. Toll. Geil. I'm stuck. Lovecraft Horror. Oh nein, direkt von... Leute, da spiel ich das Spiel ja besser. GTA. Also Rockstar Games lohnt sich echt. Könnt man jetzt auch Wiese da irgendwie reinmachen? Oh, shit. What the fuck? Jetzt... Ja, da oben muss auch geputzt werden. Besen und tschüss. Oh, geil. Ah ja, I Jane in the Sky with Besenstiel. Das hab sogar ich nicht hinbekommen. Sehr, sehr geil. Der Jerome liebt Furzgeräusche. Diese beschissene Ergeltung. Oh, direkt auf die Nüsse. Oh, Far Cry, Leute. Das kenn ich auch noch. Ich hätte nicht ne Stunde zugucken können. Oh, Gott. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das ist aber nicht Far Cry 4. Hä? Geh da mal weg, sonst zerquatsch ich dich. Jerome, du hast es verkackt. Das ist nicht Far Cry 4. Das ist Portal. Das ist auch nicht GTA. Das ist Far Cry 4. Ich ruf Peter an. Leute, sag nein zu Drogen. Wir werden so gute Kämpfer, ehrlich. Wir schlagen nur die Luft. Wir schlagen halt echt nur die Luft. Wollt ihr euch prügeln? Im Ernst? Oh, Gott. Ich kann nicht mehr. Das war ein Normal Procedure. Das ist das, was du machst, wenn du einem Jedi begegnest. Du kackst ab. Ey, ganz viel SnowRunner. Oh, geil. Da ist ein Schloss Minowick. Oh, Mann. Fällt euch was auf, ganz viel SnowRunner, Red Dead Redemption 2 und GTA. Was sagt das über die Publish? Was sagt das denn? Was sagt das über die, äh, ist SnowRunner in der Alpha oder wird das schon verkauft? Was? Das ist Early Access? Was? Was? Das habe ich nicht gecheckt. Come fly with me. Oh, das habe ich auch gezockt auf der PS4. Ghost of Sashimi. Oh, das ist besser als Gamesprout. Den wollte ich nicht. What the... Was ist mir hier in den Worten? Oh, mein Gott. Wo ist der Baum hin? What the fuck? Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Doch, habe ich. Ich halte es morgen, da geht es auf Fuß. Ja, ich bin... Okay. Fernbus-Coach-Simulator, das schauen wir uns mal an. Keine Ahnung. Digga, was zur Hölle ist das denn hier? Was ist denn das hier alles? Oh, Topi. Was ist das für ein Spieß? Was ist das für ein Spieß? Die Straße, die ist nicht so abgebogen wie ich, das Volk. Oh, shit. Ja, ihr könnt jetzt die Popmeter daneben nicht. Hallo. Jeder kriegt die Community, die er verdient. Okay. Okay. Sie haben ihren Status verloren. Die Sound-FX sind epic. Was könnte das jetzt für ein Bug sein? Ja, vielen, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Bitte schickt mir weiterhin... Oh, das ging aber schnell. Das waren 10 Minuten. Das kam mir vor wie eine Minute. Für die, die mitmachen wollen, wir wollen es wirklich jede Woche, wollen wir das einmal raushauen im Stream und dann auf YouTube hochladen. Kommt auf meinen Discord. Der Kanal heißt Games, Fails, Bugs, Funny Moments oder irgendwas. Hallo, YouTube. Das ist so doof. Hallo, YouTube. Ich kann das nicht. Hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Das ist so dämlich, oder? Konzentration. Hi, YouTube. Nein. YouTube, was geht oder geht nix? Das ist auch scheiße. Ey, YouTube. Was geht oder geht nix? Hier ist euer Lieblings-Streamer. Das war doch gut, oder? Hallo, YouTube. Hier ist euer Streamer der Herzen. Und wir schauen live mit 4051 Zuschauern. Wo seid ihr eigentlich? Wieso seid ihr auf YouTube? Warum seid ihr auf Twitch? Kajoten-Clips Part 3. Schon wieder SnowRunner? Sind wir noch in der Early Access, oder? Aber noch füttern. Irgendwas ist noch mit mir auf E. Das schenkst du denn? Alter, was macht er das für ein Zeug? Wir haben Känz, Alter. Wettbefliehen. What? What? Geil. Nein. Kurz Code reinschicken. Aber es sieht offen aus. Ja. Egal, nachloten. Was? An dem vorbeigerannt? Wie krass ist das denn? Ich glaube, ich war der andere, der zuletzt durchgelaufen ist. Das war ich. Megafurz. Alter. Das war doch eher ein Epic Moment, oder? Was ist denn das für eine Pistole? What the fuck? Ah, GTA darf natürlich nicht fehlen. Bye, have a great time. Gangster, baby. Sollte ein Drive-By-Shooting werden, oder? Oh, Fallout. Welcher Teil? Der 76. Teil? Sieht nach Fallout 76 aus. Blatt. Wenn ich jetzt so einen Park baue, ne? Alter, und sowas passiert, ne? Dann... Ja. Dann... Immerhin wurdest du teleportiert. Immerhin. Bro... Pro-Gaming. Wow, shit. Very nice. Geiler Edit, Jeroen, mal wieder. Ja, wenn man in sein Handy schaut, weiß man nicht, wo man hinläuft. Ah, das sind die Geisterpferde. Hat gemerkt, dass er in England fährt, muss er auf die andere Straße sein. Oh come on, seriously. Oh, tschüss Manu! So aggressiv, die Schweizer. Jetzt rasier ich. Jetzt rasier ich. Pass auf. Jetzt rasier ich. Jetzt rasier Schaum. Und jetzt... Auch nicht. Schön rasierter Hinterkopf war das. Aber wendet euren Blick ab. Ich habe keine Lust mich von euch anstarren zu lassen. Ich behalte euch im Auge. Ja. Was glaubt ihr denn, wie sich Pferde vermehren? Der Typ läuft davon. Nach der Kopulation stößt das Weibchen, das Männchen einfach ab. Geh von mir runter. Halt noch ein bisschen aus, ich muss noch öffnen. Oh nein, der lässt sich nicht. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe es auch. Ich habe es geahnt. Was? GTA V? Warum sieht das so aus? Bisschen neben der Spur. Nein! Das ist schon Epic Moments dabei, Leute. Das ist schon dabei. Also schickt uns auch die Epic Moments. Was? Oh, herrlich. Was ist eigentlich in dem Spiel so besonders, als du fährst die ganze Zeit auf der Autobahn es passiert nichts, oder? Okay, es passiert doch was. Und jetzt noch der Zug drüber, komm. Komm ran, Kollege. Nein! Oh, ich klopfe immer auf den Tisch. Oh, ich liebe das. Ich weiß drauf jetzt. Keine Zeit für den Kack. Eigentlich wollte ich mir die Arme abhacken, aber egal. Ich muss hier weiter, ich muss los. Dämonen-Talk. Ich liebe es. Das habe ich durchgezockt. War das ein wichtiger NPC? Oh, no. Das war nichts. Das war echt nichts. Ja, die paar Meter. Das steht da hinten. Aber perfekt gepasst. Ah, Libio, soo. Soo. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Das wird nicht. Doch, doch. Oh, das ist fies. Das ist fies. Glück hast du da gehabt, Jun. Pavlov Virtual Reality. Fuck! Das Chatting Funny Clips. Soll man das auch machen? Chatting Fails, ja gerne. Schickt mir eure Epic Moments, eure Fails, eure Funny Moments, eure Game Bugs. Schickt mir einfach alles. Und schickt mir auch, keine Ahnung, wenn ihr im Chatting ein Mikro in die Fresse hautet oder sonst was, aber nicht absichtlich. Und dann weiten wir das Ganze ein bisschen aus. Wir brauchen mehr Material, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr fleißig mitgemacht habt. Bitte macht weiterhin fleißig mit. Geht auf Discord. Auf meinen Discord. Games, Fails, Bugs, Funny Moments. Schickt mir das alles. Ich gucke mir das alles an. Ihr schickt mir regelmäßig auf Discord eure Fails, Funny Moments, Epic Moments haben wir jetzt auch dazu genommen. Und Game Bugs. Kajoten Clips, Part 4, meine Damen und Herren. Was ist denn ETS 2? Ich habe keine Granaten mehr. Die, 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 die. Was macht der? Hä? Ach so. Der will Pan halt damit. Ist das wirklich im Spiel? Es sind halt nicht alle so professionell wie ich. Resident Evil. Wie er um die Ecke gegangen ist. Die sind halt hirntot. Was willst du machen? Oh, Sea of Thieves haben wir auch nicht. Ist das mit dem Handy gefilmt oder was? Nackt. Schieß durch die Wand da durch. Ich weiß nicht, du gibst halt Schott. Nein, nicht durch die. Durch welche? Bei der Tür, da, da, genau, da. Da, durch. Das hätte ich sein können. Red Dead Redemption. Kein Fails-Stream ohne Red Dead Redemption. Ich glaube, der ist auf Diät. Der Typ ist auf Diät. Hahaha. Ach, Menno, Enno. Rainbows. Uh. Hm, hm. Das wird nie funktionieren. Nein. 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 Schon wieder ein Blindfisch. Was war das? Nicht einschlafen. Einfach zu viel gesoffen. Oh, das wollte ich auch mal ausprobieren. Tordyhawks. Ah. Dead horse walking. Einfach schon noch wieder aufstehen, weißt du? Ja, wie das halt so ist in GTA. Hä? Das macht er nicht wirklich, oder? Ja! Oh, shit! Oh, fuck. Kein Fade-Stream ohne GTA. sieht aus wie john wick gut gemacht das ist yoga ich weiß gar nicht was ich ein problem ab ja aber erwischt was at this moment that he knew he fucked up oh god er ist nicht richtig gefallen emily wants to play das sieht nach horror aus ich glaube ich habe gerade mit der überschrift des streams ein wenig ja übertrieben ich habe gesagt ich mache das hier heute durch ja aber das ist das ist unmöglich ist eigentlich geil wenn ihr uns auch noch eure erschrecker schickt dann dreh ich mal den spieß um anstatt ihr immer horror bei mir schaut möchte ich mal horror bei euch schauen das hat aber gedauert ach die strecke kenne ich oh Oh, Gott. Oh, Gott. Ami! Ami! Oh, ver... Ami! 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 Ja, moin! Was passiert hier? Es leckt einfach... Es leckt das Todes! Alter, ist das... Das machen Kühe öfters. Ich hab die mal beobachtet auf der Weide. Die tun nur so, wenn du vorbeikommst. Wenn die sich unbeobachtet fühlen, machen die so... Oh, Mann! Hast du sie? Corona! Ja, hol ich die Dagenab. Ja. IEL-Horror! State of Decay 2? Ich weiß Bescheid, was du zu tun hast. Das ist mir! Das ist übrigens... War das Ghost of... Tsushima, oder? Oh, Matrix! Oh, geile Mucke! Ja! Ich weiß auch nicht! Ich weiß eigentlich mit nem LKW... Nein! Na, das hätt ich mir ja denken können, dass es mal so endet! Ich weiß nicht! Sehr gut, Leute! Hier ist mein Discord-Link! Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wird mir weiterhin Spaß machen, wenn ihr eure Fails einschickt, eure Epic Moments, eure Bugs, eure Funny Moments und... Möchte ich jetzt neu von euch haben! Eure Erschrecker! Fails! Bock auf Fails? Kajoten Clips, Leute! Part 5! Part 5! Ah, nice! Jetzt schon mal schön geordnet! Part 5! Part 5! Part 5! Part 5! Part 5! Part 5! Kein... Kein Bug-Video ohne Red Dead Redemption 2! Ja, wollte ich das nur mal durch den Kopf gehen lassen! Stop it! einmal drei habe ich noch nie gezogen okay im bademantel oh nice grafik ist noch gar nicht tot woher kommt der spruch der ist noch gar nicht tot die day 5 darf natürlich nicht fehlen aber anderen leuten beim sex zu schauen mach mal nicht oh mass effect ist aber lang her ist das der erste teil es szenchen leute oh mach ja mein spiel müssen auch noch zu ende zocken für die polizei nicht zum job genau die fliegt der hinterher ja warum nicht kommen sie da vorbei was ist denn da unten am boden Sehr geil. Ey, wer zockt noch GTA 4? Kommt du denn raus? Ey, wer hat mal Magie gekocht? Warum dein Magie? Achso. Achso, neuer Magie. Ich hab die ganze Zeit gerade dagegen geschossen. Oh! Lol. Wo fliegen die denn hin? Okay, ich soll nicht kommen nach. Wie das aussieht. Ey, ich dachte eben gerade, das wären seine Körperhaare. Das ist ein Tarnanzug, oder? Ich hab gedacht, er sollte... Zum Glück ist das... Und im Wasser gelandet. Was willst du mehr? Uff. What? Aber konsequent in den... Ich weiß nicht, warum ich das so feiere. Oh, jetzt kommt Fails. Also, da bin ich Experte drin. Oh, es hat ne Klingel. Oh, Gott. Oh. Ja. Das ist meine Kategorie, Leute. Königsdisziplin Fails. Ich liebe Fails. Ich weiß nicht, warum ich... Oh, Gott. Oh, Mann. Ja. Oh, da bin ich wieder. Alter, das killt mich gar nicht. Ich kann nicht... Da bin ich wieder. Warum macht er das? Ich kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Selbstmord hat er davor eine gute Zeit, würde ich sagen. Oh, shit. Ich brauch ne Pause. Alter, Fall. Was man hat Samstagabend so macht? Auf dem Traktor durch die Stadt. Ihr habt echt... Ihr seid so bekloppt. Was ist denn dieser Schein? Fuck you! Fuck you, fuck you! Fuck you! Oh, ich freu mich auf die Jumps, gell. War ich das jetzt? Hab ich die wieder zugemacht? Keine Ahnung. Ach, wie's archt. Dieses... Da ist Igor drin oder Mamuschka. Möchte einer nicht, dass ich das aufmache. Ja gut, dann soll er aber ein bisschen auch drin bleiben. Oder muss ich den aufmachen? Mach auf. Hallo, wie geht's euch so? Es kriegt ihr mal auf die Fresse. Das gefällt mir. Das ist meine Lieblingskategorie, meine neue. Was ist... Bitte mehr davon, Leute. Bitte mehr Jumpscares. Ich will eure Gesichter sehen. Unt a dog. Da war ich doch. Ah, ich weiß, was passiert. Who had the dogs out? Who had the dogs out? Ich versuch, mir eine Rede zugelegen. Who had the dogs out? Hey, 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 hey. Der Geist kann auch Bilder werden. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, my God. Hast du ihn gehört? Ja. Ich hab so'n 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 Keuchen gehört. Das ist geil. Ich hab's auch gehört. Das ist geil. Hey, Keuchen. Keuchen raus. Fast eine Phobia. Das spüren wir gleich. Oh, wie? Was machst du da? Oh, shit. Ist das geil. Oh, ich will mehr Scare haben. Was? Non-Gaming? Die Kategorie kenn ich gar nicht. Oh, man. Nicht beißen. Nicht beißen. Genau. Ja, klar. Kein Problem. Profmo. Ich glaub, das ist dein letztes Video. Kann das sein? Das sind die letzten lebenden Aufnahmen von Profmo. Jetzt wissen wir, wie er gestorben ist. Hallo. Hallo. Vielen Dank, das war meiner Meinung nach Der beste Community Clip Leute, der beste Community Clip, den ich gesehen habe Und ich habe viele gesehen, 5 Stück Geil, geil und vielen Dank Community Für diesen sehr, sehr, ich kann nicht mehr Also Bitte mehr Scare, es gibt mir Spielt verdammt nochmal Horrorspiele Tut das, was ihr mir die ganze Zeit angetan habt Die letzten Monate Und findet euch dabei Oder erschreckt jemanden, die ein Horrorspiel spielt Das fand ich auch geil mit der Maske Oh, war das geil Wirklich, das war der beste Clip Clip, Clip Aber das ist doch kein Deutsch, das ist ein Englisches Wort Die Fresse Hallo YouTube Ich schaue mir Hallo YouTube, jetzt kommen eure Fails Bugs, Funny Moments Und Scary Moments Und ich freue mich wahnsinnig drauf, ich habe noch gar nichts gesehen Und bitte, bitte, bitte Sendet mir mehr Ich freue mich jetzt auf die fünfte Ausgabe von Achso, sechste Ausgabe Lasst ein Like da, Abo, Daumen nach oben Und klickt auf die Glocke Was immer die Glocke, aber ich habe keine Ahnung, was die Glocke macht Aber lasst euch richtig beglocken So Leute, ich bin gespannt Darf ich ein Drumroll haben oder irgendwas? Ne, das ist falsch Ne, das ist auch falsch Hier das hier Fails Nummer 6 Der Jerome lässt sich immer was Neues einfallen Geil, oder? Oh, fett Ich bin ganz fett Ich bin ganz fett Selber Ja Ja, ich habe es nicht gesehen Ich habe nur gesehen, dass da keine Tür war Lass mich in Ruhe Digga, der Bot ist heilig Er ist einfach ausgewischt Er ist einfach ausgewischt Das ist eins mit dem Motorrad Outlaw Killing Floor Ja Unglaublich Das ist doch das Wichtigste, was du brauchst, oder? Alkohol und einen Mund zum Saufen Der Rest ist überflüssig Nur dieses Hau Und was für sich so Kein Video ohne Red Dead Redemption 2 Kein Fail Video ohne GTA Und Red Dead Redemption Oh, Mafia Aber wenigstens ist er noch ausgestiegen, hat gecheckt, oder? Okay, weiter geht's Das machen die Bugs Und wie der Red Dead Redemption Wie soll es anders sein? Red Dead Redemption Er kommt nicht aufs Pferd Wetten Okay, er kommt aufs Pferd GTA 5 Wenn man cool sein will Wenn man cool sein will Aber geil eingepackt wird Komm schon Das ist doch kein Fail Das war Absicht Das war ein Epic Mom Alles GTA Er schafft es nicht Wir haben ein Airship Das war ein Abo Das war ein Abo Das war ein Abo Das war ein Abo Das ist ein neues Horrorspiel Da steht ja der Michael auf Kerzenschein Werden es herausfinden Und macht dann Solo Run Er macht einen Solo Run Mit der Kerze Michael Ja bitte Ja wer ist denn da auf dem Pott Kenne ich gar nicht Homesweed Home Ich dachte es kommen noch zwei Das ist die Tür Was? Ich komme jetzt nicht mehr rein Ich weiß das nicht Komm rein, komm rein, komm rein Der ist links im Raum Jetzt weiß ich warum euch das so viel Spaß macht Es ist so geil jemandem dabei zuzuschauen Wie er sich richtig in die Hosen macht Alter jeder zockt fast Was ist denn hier los? Sehr männlicher Schrei Ich höre nichts was du gerade sagst Er hat einfach die Tür Was für ein Anti-Mate Handel Handel Aber der hat's Okay Der nächste LSD-Trepier Welches Spiel ist das? Einfach normale Spiele spielen Welches Spiel ist das? Steht nicht dabei Familienfreundliche Spiele Verschlossen Outlast 2 Ich hätte noch eine Stunde zugucken können Ist der Bock auf Fels oder was ist hier los? Hallo YouTube Hier ist wieder euer Karjana Euer Lieblings YouTuber Wenn es noch nicht ist Dann wird das Pierce Karjana Euer Lieblings YouTuber Ja ich bin auf YouTube Ihr seid auf dem Kanal Karjana zockt Und eine der beliebtesten Kategorien Auf meinem Kanal Ist Horror Damit ich davon wegkomme Gibt es hier wieder Eine neue Runde Fails Welche ist das? Welche ist das? Welche ist das? 7, 8, 9, 10 Fails, Games, Bugs, Funny Videos Go Go Jetzt 7 Jetzt kommst du mit 7 Mann Ich hab grad ein sehr geiles Intro gemacht Und ich mach's nicht nochmal Wer? Guck mal hier Voll auf Knossi-Tech-Niveau Das hat er auch in diesem Video Oh shit Okay Vergiss es Ich mag gar nichts mehr Assassin's Creed Valhalla Kenn ich Luftschiff Luftschiff Diese Aber der zieht's einfach durch Das find ich geil Einfach mal durchziehen Ja was Boote halt so in ihrer Freizeit machen Alter ist das ne gute Grafik Ich dachte ich guck grad auf ne Dashcam James Bond In Watch Dogs Baby Au Das ist der krumme Der krumme Kranich Okay das war nicht in game oder Ich suche jemanden Der auch an schwierige Orte kommt Kannst du das? Ich finde einen Weg Das ist Corona konform Corona ist auch in den Games angekommen Die Links hat eine Maske auf Alter ist das laut Äh Äh pennt der Streamer oder was? Ne ne der bewegt sich Ey Sims 4 hab ich noch lange nicht mehr angepackt Kein Stream Kein Fail Video ohne Ja Dann wird der gleich in die Luft gehen Einfach random GTA 5 natürlich Wird nicht das letzte Video sein Heute Ja wenn Ist das sagt nein zu Drogen? Der hat das Mikro aber direkt vom Und natürlich Red Dead Redemption Darf nicht fehlen Die haben sie umgebracht Das ist erledigt Das ist erledigt Failed Baby Sonstig 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 Aber was gut genug für die Russen ist Der fällt runter Safe fällt ja Ja da komm ne Brücke ne Gute Flug Wo muss man nochmal schießen Damit Autos explodieren Hier hinten Schau Auf den Benz Achso Das war knapp Wir sind Militärfahrzeuge Doch Kickers Sagt mir nix Und wir fahren mal nach unten Jo Oh Dichter was oder vor ist müssen auch noch weiterspielen die bühne das bin ich ist sehr gut it was at this moment he knew he fucked up das erste mal oder jetzt bin ich gespannt das ist das gegenteil von mir leute jetzt die pro gamer mal gucken was sie drauf vorsicht was waren dran epic kann man das kenne ich alter okay so hoch bin ich nicht gekommen ich hatte auch nur ein mofa am start das war alter breakfast leute das sah aber nice aus oh shit die scarce die scarce gibt uns ein zeichen direkt an der tür direkt an der tür das ist auf jeden fall bad das ist ein spiel der kenne ich nur zu gut auf jeden Fall macht orbs utility also ice ricks raum ice ricks raum schauen wir nach orbs wenn wir mal licht ausmachen und kruzifix das auch weg kurz die fix noch mal und taucht er jetzt auf der tut halt dass mich erschrocken ich gebe dir 20 euro wenn du vorhanden was das kann doch nicht sein leute das war schon mann die sind viel zu kurz viel zu kurz leute unbedingt hallo liebe youtuber nee andersrum ich bin ein youtuber hier ist kaya euer lieblings content creator es gibt keinen besseren fails bugs funny dummies ne dummies ist doch überhaupt ja ist die scheiße hier eigentlich hallo youtube hier ist euer lieblings streamer kaya jana und ich habe wieder eine neue folge endlich nach zehn jahren eine neue folge von fails bugs und funny videos das ist folge nummer acht kommst du guckst du lachst du so neues intro laut stecke gut ein bisschen den übung bevor es in den einsatz geht er cyberbank darf natürlich nicht fehlen skyrim er zockt denn heute noch skyrim das kurs der vierten teil Da habe ich nie gezogen. The Witcher. Wen haben wir denn da? Da habe ich... Hey, auf dem Fahrradweg. Ich glaube, es werden so viele Cyberpunk-Videos kommen, die nächste Zeit. Die Arme von CD Projekt. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Oh, shit. I love it. Hä? What? Ich sehe dich fliegen. Aber du bist weggekommen. Ist doch super. Mit dem Superfurst. Was? Und noch ein Streik. Hä? Was? Hoppala. Der Superfurst hat mich gerettet. Oh ja, mir fehlt irgendwie eine Handbremse, ja. Aber wer braucht eine Handbremse in Night City? What the fuck? Äh, was? Sie wussten nicht. Hört die ganze Zeit. Oh, das ist nur Cyberpunk nur noch. Okay, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Kopflos durch die Nacht. Ich kann nicht mehr. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, jetzt. Oh. Immer wieder. Ab im Frieden. Oh, Gott. Das war ein Hinterhalt. Wir haben sie nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber Gordon ist in Schwierigkeiten. Alles wird gut. Dafür sorge ich schon. Das ist nicht wahr. Verschwinden. Arsch. We're gonna ask. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ja, Leute, sie war kurzzeit unter mir. Ich liebe Cyberpunk. Revolving Door. Rehtür. Das war kein Bug. Was? Das war es schon? Hör auf. Aber das waren die Bugs. Oh, geil. Sehr, sehr lustig. Oh, Mann. Geil, jetzt schon nicht mehr. So typisch Jungs, oder? Mädels machen sowas nicht. Oh, bis hin. Vielen herzlichen Dank für dein... Der Vogel hat mit dem Auge gerotzt. Ah, die Schwanze kenne ich. Haben wir schon aufklimmerkrieg? Alter. Fuck. Jeeha! Nee, der fällt nicht. Hahaha. Oh, da kommt ein Zug. Wenn ich hier gerade runterfahre. Nein! Geile Mucke. In den Pool. Komm, Köpper. Oh, ich hätte es gar nicht weiter gesehen. Vielleicht war das Absehen. Oh, ich hätte es geliebt. Hey, let's go. Let's go. Oh, mein Gott. Paul hätte das geliebt. Bisszene jetzt. Ich mach euch auch. I got the horses in the back. Versprochen. In Ordnung. Oh, Mann. Direkt in den Poppes. Der macht den Arsch auf. Ja, jetzt schon. Ich hab auch irgendwie den Drang. Der lauft sich sterben. Ich bin denke, sprengt das vielleicht den... Gibt es sowas? Jetzt sprengt das vielleicht den... Ja, aber du hast eine direkt neben die... Oh, warte. Ja. Ich hab nicht wissen. Hm? Das hätt ich auch ja gesehen, Mensch, Kaya. Oh, shit! Boat. Bye, have a great time. Oh, so schön. Ah, der Edit ist so geil. Now! Oh, scary Moments, Leute. Ich freu mir. Ja, mach du doch aus, Schatz. Du bist doch grad zum Modestrieren. Dann stopp doch mal, bitte. Outlast. Oh, nein, da kommt er. Ich verstehe jetzt. Hörst du! Pacify? What is this? Mal anjauen. Ich will dich nackt sehen, du kleiner... Oh, nein, 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 nein! Ah! 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 Oh, was für ein Edit. Ich hab's. Oh! 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 Ich hab das. Das ist unter der Decke gewesen. Hallo, meine Lieben. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's euch? Ja. Ich geh da mal. So fühlt sich also ein Herzinfarkt an. Nein, nein, das war's nicht. Komm, Leute. Das war's? Ja, schick uns mehr. Vielen, vielen Dank, Leute. Es hat sich echt ohne Scheiß... Ich brauch... Ich brauch die Fails... Funny Moments und Bugs genau wie ihr. Ich brauch die genau wie ihr. Ihr müsst einfach mehr schicken. Und bitte... Bitte schickt eure Clips. Hallo, YouTube. Hier sind wieder eure Fails. Ich weiß, ich hab lange drauf gewartet. Ich weiß, ihr habt unter 100.000 Kommentaren immer geschrieben, wann kommen deine Fails? Das ist sowieso das beste Format. Hey, mach mal Fails. Warum kommen deine Fails nicht? Du hast uns Fails versprochen. Das liegt nur an euch. Leute, wenn ihr Fails einschickt, dann können wir sie auch editieren und zeigen. Und hier kommt Ausgabe Nummer 7. 8. Welche Ausgabe ist das? 9. 9! Alter, wir haben schon 90 Minuten Fails. Das ist ja ein Spielfilm. Kannst du alle Fails... Das wäre eine geile Idee. Alle Fails einfach uncut hochladen. Oder einfach hintereinander. Das nennt man Reste verwerten. Hier sind eure Fails. Nummer 9. Ich freu mich. Wehe ist es nicht gut. Bevor wir anfangen... In den Pool. Komm, Körper... Oh, ich hab's jetzt gar weiter gesehen. Aha! Bam! Wow! Wer kommt denn? Oh, geil! So, das hätten wir geklärt. Ich such dann mal die Kassette raus. Sehr gut. Sehr gutes Intro. So muss das sein. Lautstärke gut für euch? Das ist noch nix über auf Stroh. Und warum hast du ne Maske auf? Oh. Das ist ne Kung-Fu-Technik. Oder es war Yoga. Man weiß es nicht. Yay! Cyberpunk. Das ist kein Bug. Das ist ein speciales Skill. Ich weiß es nicht. Das hab ich ja auch mal gehabt. Backfest. Ihr Backen. Oh, jetzt bin ich vorm Dude. Ja, bringt nix. Kofferraum. Herr Jana, ich hab'n neuen Bug für Sie. So muss das. Kann ich mich auch Kaya nennen. Ich fühl mich alt. Hände hoch. Du kannst auch zum leichten Haufen. Lauf, Bitch, lauf. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, sie hat es überlebt. Okay. Jetzt geht rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Versprochen. Wurmloch. Bist du wirklich sicher, Lara? Hilfe. Oh, I love it. Snowrun haben wir so oft. Schicker Anzug. Heinrich, entspann dich. Oh, Kingpin Can Deliverance. Das Scharpspiel. Coole Frise. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Scheiße. Oh, God. It's down. Oh. The killers at the roving. How does it... How do you do it to her? Oh, der Ausdruck so, ja. Passiert mir ständig. Sehr geil, Leute. Wir haben hier unheimlich aufgeräumt. Na ja, wir sind weg. Jetzt haut du scheiß Ding ab, ich kotze. Fischer! Warte, warte. Oh! Los! Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft ausgehoben. Titel, feindkontakt. Feindkontakt bestätigt. Wir schicken eine Einheit aus. Red Dead Redemption, of course. Das... Das müssen wir eigentlich klippen jetzt. Das musst du klippen, da hast du vollkommen recht. Und Kaya schicken. Das muss da auch gehen. Volchem. Die Message kenne ich, du könntest was... Auf deinen Kopf. Auf seinen Kopf. Nein, auf sein... Oh nein. Das war ja Meister. Miep. Meisterleiterin. Und dann musst du da durch, weil wenn ich da durch bin, gehe ich... Stirb ich... Stirb ich... Stirb ich. Oh, er ist lernfähig. Oh, fuck, ich nicht. Ja, warte. Da hinten, rett ein Zombie. Da rennt so an uns vorbei. Komm her, du! Oh, ja. Das hätte von mir kommen können. Yes. Der Einsatz vorbei. Mann! Is hier wirklich nichts mehr? Nein! I don't know. This is another manic Monday. Oh, ja. Oh, ja. Okay. so sieht loyalität aus aber das muss auch mal joe biden spielt oder vielleicht auch nicht der vater wird ich mach dich krankenhaus jetzt ich kann jetzt schon nicht mehr ich freue mich was was war das das war es leider schon aber ich habe eine kleine überraschung für die kajoten fehl 10 vorbereitet ich sage nur sounds like music kajoten edition sounds like music kajoten edition hallo leute hier ist fels nummer 10 abfahrt nee ist zu wenig habt ihr eine idee wie man so ein intro ich mach mal vorschlag komm arbeite mal ein bisschen mit dir hallo leute hier ist das frettchen ja ich hab mal übernommen hier der kajer der geht mir auf den sock hier eure felsen fertig das ist schon die 10. ausgabe von den fels die irrs sind ein auf juwd jau 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 pippe Verstehst du? Aber das müssen eure Fails sein, nicht von jemanden anders abklippen und so'n Scheiße. Versuch da. Da komm ich vorbei und beiß hier von hinten in die... Boah, ich hab voll Bock. So, Leute, nicht essen und nicht trinken. Ich hoffe, es wird lustig. Seid ihr soweit? Auf drei. Eins, zwei, fünf. Hallo, liebe Kajoten. Es ist endlich soweit. Neues Videos online. Doch vorerst wollten wir euch danken. Kaja, sag mal danke. Das reicht. Danke, dass ihr eine so nette Community seid. Danke. Oh, kleiner Pisser. Danke, dass ihr euch immer an die Regeln haltet und nur eure Clips einsendet. Schiebe, schiebe. Ja. Jesus, was war das? Das war eine Bildschirmaufnahme eines YouTube-Videos, welches dann via YouTube an mich gesendet wurde. Danke, dass ihr nur bestes Material zur Verfügung stellt. Dezente Kritik. Hälterst du mich voran? Nun ja, ihr habt mit euren Clips Kaja so oft zum Lachen gebracht. Ihr habt immer mehr eingesendet, so dass wir nun bei der zehnten Folge sind. Ich hoffe, ihr seid richtig geil auf die neuen Clips. Zehn! Ja, übertreib halt nichts direkt. Ich wünsche euch viel Spaß. Yes, Baby! Fals Nummer 10! Fangen wir den Game Backs an. Willkommen zurück. So staubig, wie du aussiehst. Fals Nummer 10! Ja, die Spannung steigt. Oh, Hitman 3. Wenn sie nicht gestorben wäre, wird sie da immer noch stehen. Wenn sie nicht gestorben ist. Der Roboter zum Schluss. Was? Hey, die Szene kenne ich. Ich war demselben Part. Äh, oh oh. So, was darf's sein? Was gibt's denn hier zu kaufen? Eine große Auswahl an Spirituosen und Limonaden. Und vielleicht den einen oder anderen Slack, wenn dich der Hunger backt. Nein, kein Interesse. Wenn du das sagst. Aber der Weg zum nächsten Wasserloch ist weit, wenn du verstehst. Ich dachte, die Punchline muss gut sein, ey. Aber es hat sich geil aufgebaut. Hey, Cookie Simulator. Ja. Ja. Kein Bock. Ja. Ist, äh, Pause, Leute. Erst nach der Mittagspause geht's weiter. Ist tariflich geregelt. Conan Exiles. Okay, das war schon mal gut. Schönen. Schönen wir auch Mod mit zu haben. Ich sag' dafür und jetzt weil wir den Schritt haben. Was ist hier? Bye, have a great time! Okay, so einen hatte ich noch nicht. Oh, geil. Ah, die pönt. Oh, Fallout 76 habe ich ewig nicht mehr gezockt. Beste Mate, ey. Shins. Oh Gott, Shins. Oh, das hat er nicht gemacht. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, fuck ist das geil. Hey, das zockt mal nächste Woche mit Paul, oder? Oh, fuck. Nein, nein! Beste Spiel. Das war die besten Game Fails von allen, ey. Fuck. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das für ein Spiel. Das sieht aber gut aus, das müssen wir auch mal spielen, Leute. Oh, immer wieder dieselbe Leier. Komm, wir versuchen mal was neues. Könnte funktionieren. 3, 2, 1, let's go. Ha 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 ha. Alter, Jimmy, what the fuck. das reicht jetzt das muss jetzt jedes mal machen ich glaube es hat das war sounds like music sorry das war ich bin sprachlos du bist jetzt sorry aber jetzt muss das jedes mal machen sounds like fails heißt die rubrik leider muss ich noch mal sagen dass ihr lediglich eure eigenen clips einsenden dürft nicht von einem freund und auch nicht von der mama lasst die clips roh also legt keine musik drunter wenn ihr im stream musik an hattet können wir die clips nicht verwenden versucht es erst gar nicht ich konnte extrem viele clips nicht verwenden aufgrund dieser tatsachen es bringt auch nichts wenn ihr die clips 20 mal einsendet ich sichte alle clips entweder passt es oder es passt nicht so viel dazu ich muss mal eben noch eine sache überprüfen hammer applaus leute applaus in den chat für jimmy hammer 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 das war der beste clip das beste fels video so jerome komm mal komm komm ruft mal ganz kurz an hallo schön das ist aber eine geile idee sounds like music und fels aber du weißt was das bedeutet in zukunft ja scheiße ich will jetzt eine kategorie sounds like fels haben also du hast game box du hast game fels epic moments aber ich glaube epic moments haben die kajoten nicht die spielen nicht besser als ich oder dann haben wir die scares und dann heißt eine kategorie sounds like fels right oh gott ok ja das war's tschüss ja außer rein das war's tschüss ja 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 das war's tschüss ja